hey leute willkommen zu der nächsten folge von rocket league und zwar zusammen mit dem flo kommen die kicken wir jetzt weg so richtig in den mull das war oh mein gott bin so im press von der treffner noch mal oder auch nicht und er trifft ihn aber ich unbedingt das nicht haben das hat so verlocken aus ja ich meine es ist auch sexuell anziehen also von dem ding her machen ich dachte du machst mir echt noch mal im fall ja ich war so sexy gewesen mal so war es echt nichts geiles können wir ja eigentlich direkt als 00 zählen ja okay dann ja genau so wird sich auch bewegen ja schon schon fährt mich weg er kriegt mich schon wieder weg man sind solche die die spielen so als in der macht macht noch mal vorlage auf mich ja es war fast gut egal lass mich spielen lässt mich lassen und freien jetzt warte denn habe ich dann 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 habe ich wenn ich noch nicht vorher habe auf dich kann ich verlassen es tut mir leid für also guck mal wie ich da es tut mir leid es tut mir leid ich komme ich gucke mir es an das war voll der fail es tut mir leid verzeih mir bitte nein was erlaubst du dir eigentlich hier gerade in meiner aufnahme zu trinken habe ich getrunken muss ich nicht habe ich nicht ne gibt es beweise nein lol ich habe ihn geschnappt nicht ein abgewährter typ ich habe ihn halt so hart angeschnitten jetzt und dann hat er abgewehrt das ist so traurig ich habe ich nicht gerechnet mein freund ach du hättest du es gedacht ich war kacke ja eigentlich schon ey mann er pläde ich mega aus bäm es läuft so gut locker easy also ich finde die sind nicht gut muss man ganz ehrlich zu sagen ja du auch nicht ja lol nee ich bin nicht gut scheiße ist das so warum war der jetzt noch dran ey der wäre sonst gegangen ja das kann sogar nicht sein nee es kann nicht nur sein es ist so komm ich mache eine vorlage für dich dann kannst du mal punkte sammeln und du kommst zu spät ja weil ich hinten war mann sagt es doch früher mann du und er hat mich auf als hund beleidigt ey wie lief das da kann ich auf jeden fall mal was zu sagen wenn ihr wollt dass wir sims spielen und uns einen hund erstellen können wir auf jeden fall mal einen kommentar schreiben denn das können wir gerne mal machen der eine ist übrigens gelieft und ist cool ja ich sehe das doch ich rede mit den zuschauern vielleicht hallo riemann ist aus naß n ey 30 na wir ficken diraat ahahah ha h ha ha glaube ich. Du musst das jetzt piepen. Schade. Alles piepen. Der eine ist AFK und der Bot kann nichts. Also von daher haben wir eigentlich schon gewonnen. Wie du ihn halt echt wegkriegst. Sobald kommt zu dir, mein Freund. Hör doch auf. Ey, jetzt ist er geliebt. Gut, Leute. Ja, der wurde gekickt. Glaube ich, weil in der Aktivität. Egal, nächste Runde. So, Leute. Gegen Meister und Veteranen. 1 zu 0 nicht. Fuck, Alter. Ich dachte, er ist drin. Er war auf der AFK, glaube ich. Wir müssen uns jetzt schon ein bisschen hier einhängen, weil wenn wir gegen die gewinnen wollen, da gehört schon ein bisschen Disziplin her. Er hat ihn nicht gut getroffen. Das war halt dann easy. Easy, ne? Glück, 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 Glück. War doch kein Sack. Das ist abo-il. Alle ergehend einfach. Ich hab nicht gegend. Ich hab gehäht. Ah, der wäre auch wieder fast gegangen oder gegangen. Ich weiß nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Ich muss mein Auge jucken. Au, das juckt. Na. Oh, lol. Wie viel Pech kann man haben, Alter. Ne, wie viel Glück haben wir haben. Ja, das stimmt. Können wir haben. Können wir. Hallo. Hi. Falls ihr für Challenges seid, schreibt sie in die Kommentare. Genau, falls ihr irgendwelche Challenges habt, also zum Beispiel, hat der Flo vorhin mal angesprochen, dass man halt nur rückwärts fährt oder was auch immer. Da könnt ihr uns auf jeden Fall Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und auch halt, wenn ihr jetzt keine Vorschläge, keine Ideen habt, so wie ich immer, dann einfach schreiben, okay, ja, wir wollen das. Denkt euch mal was aus, ne? Und ja. Ja, genau. Ey, das hab ich so hart vorhergesehen einfach. Guck mal, ich wusste, dass er ihn jetzt trifft und bin einfach hier nebenher gefahren. Und das war absolut krass. Ja. Komm, wir müssen uns jetzt reinhängen. Wir führen schon mit 2 zu 0. Die machen nichts. Ticker, was machen die? Wir führen mit 2 zu 0 gegen die und es wäre possible, mach ich ihn vielleicht. Oh mein Gott. In den Gammel. In den Winkel rein. Oh mein Scheiß Gott, war das krass. In der Corner nicht. Oh, der Meister hat verlassen. Ja, okay, dann haben wir sowieso schon easy gewonnen. Also Leute, hier seht ihr, Disziplin zahlt sich aus, ne? Hier am Anfang ein bisschen angestrengt. Direkt win. Ne, geht nicht. Aber ist eine Vorlage. Vorlage für was? Ja, ich dachte, du wärst hinter mir, aber du bist nicht hinter mir gewesen. Wir werden beide nicht da. Weil, ich bin nicht da. Ich bin auch nicht da, Tschüss. Ne. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Gut, Leute. Hätten wir das auch geklärt. Aua. Ja. Guck mal, jetzt brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr richtig anstrengen. Eben, wir können jetzt eigentlich AFK gehen, oder? Ja, ja. Und direkt liefen. Weil die wissen ja, dass wir gewonnen haben. Er hat dich einfach gekillt. Der anwilling Poppy. Nein, der geht nicht. Ich hab ihn abgewertet. Gar nicht wahr. Also, der Veteran spielt halt besser wie, als vorher vorhin noch den Meister dabei hatte. Ey. Ich meine, wir haben jetzt auch keine Disziplin mehr und wir strengen uns auch gar nicht mehr an. Ich stelle mich übel an. Das ist ja schon easy. 370 Points. Lol. Diesmal hast du ihn gekillt. So verdient. Der geht. Oh mein. Doch nicht mehr. Das Problem wäre, also das Ding ist halt, ich hätte ihn halt eingemacht. Aber ich dachte, du machst ihn und ich gönne dir das Tor. Und... Ja, ich gönne es mir auch. Das war das Problem an der Sache. Alter, der Bot ist besser als alle. Ist halt echt so. Oh no. Vor allem, er hat noch Schwein gehabt. Weil er einfach, ne? Okay. Komm, komm, mein Junge. Hallo. Ja, Flo, gut. Scheiße, sie haben mich verdrückt. Den kriegst du doch, mein Freund, oder? Nee, er bekommt ihn. Super, Mike. Ey, weißt du, was grad geil war? Hätte ich jetzt ne Facecam, ne, Alter? Ey, hier, wo ich mich umgedreht hab, ne, da stand auf einmal der Gegner vor mir und hat den Ball auf mich zu halt geschossen. Bei 5 Likes gibt's ne Facecam. Ich hab, ohne Scheiß, ich hab grad so gezuckt, ne, ich hab mich einfach erschrocken, ne, ich hab mich einfach erschrocken, ey, Junge, warum fährst du nicht? Ey, wenn die jetzt noch gewinnen, ne, hör auf. Ich denke mich mal wieder an. Irgendwas spannendes in der Folge gebrochen, ja. Ja, aber ohne Scheiß, ich hab grad so zusammengezogen, ne, ohne Scheiß. Hättet ihr ne Facecam hier, also hätte ich ne Facecam, die ihr sehen würdet, dann, äh, holy moly, ne, ne? Das hätt euch schon geschmeckt. Ja, auf jeden Fall. Nicht. Der macht das auch noch an der Wacken. Wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Ich bin da, ich bin da. Du bist da! Ha! Weißt du, ich hab mich verdrückt und denkst so, du bist da, ja, okay, er ist da. Ich war ja da, aber ich bin abgedreht. Und dann kommt einfach sowas. Was ist das? Ey, wir haben einfach grad einen 3-0-Vorsprung verloren. Alles allein wegen dir. Hä, wir sind allein gegen mir. Wegen dir. Ey, Flona. Hier nochmal die Wiederholung, was der Flo grad eben gemacht hat. Dinger, was ist mit dir? Ich dachte nicht, dass der kommt. Ja, trotzdem fahr ich da nicht. Hui, hopps, das sah wie im Zirkus da rum, Alter. Ja, was war das für eine Aktion? Ich war ja auch neben Zirkus. Dinger, als ob wir jetzt noch verlieren. Ja, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie blocken würdest, dann nennst du ja auch noch schon Tore, ne? Ja, wahrscheinlich, oder? Alles deine schon. Komm, mach jetzt bitte Flo, Anna, das kann nicht sein. Doch, natürlich. Gehst du doch. Meine Fester, Alter. Und jetzt mach ich noch ein Tor, dann passt das Ganze. Ja, dann passt es, aber ich komm, das sind nicht auf dein Ding, Gott, klar. Was war denn das? Ich mein, ich hab ihn getroffen, aber nicht gut und dann kommen wir nach hinten und... Es war ein Trick. Es war ein Trick, Alter, genau. Gibt da gleich so einen Trick in deinem Gesicht. Nein, Mann. Ja, drück halt kein Nidrohler. Und er guckt, das war ein Plan. Es war ein Plan, ja. Ja, ich hab 30 Punkte wegen dem Torschuss. Aber das eh sehen, ey. Vorlage, mach du. Du wolltest ja ein Tor machen. Tatsächlich. Oh mein Gott, war der angeweingelt, Alter. Unser Plan ist aufgegangen. Guck das mal an, guck das mal an, guck das mal an, wie ich krass. Wie ich krass. Der hat nicht erwartet, doch. So, wir wollten es nochmal spannend machen. Unser Plan ist aufgegangen. Wir haben gewonnen. Lasst eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis dahin und... Ciao, ciao. Ciao. Ciao.